FLYING HIRSCH, HIRSCH, HIRSCH FLYING HIRSCH, HIRSCH, HIRSCH Hallo zusammen, heute kochen wir wunderbar, frisch, mit allen Zutaten. Hirschgeschnätzlitz an einer Cognak-Sauce mit frischen Steinpitz und frischen Knöpfchen. Und dann noch ein wenig Kästen dazu, das ist wunderbar. Freut euch! FLYING HIRSCH, HIRSCH, HIRSCH FLYING HIRSCH, HIRSCH, HIRSCH Wir saßen ganz alleine, die Hirschen da und ich. Wir hatten keinen Alkohol, der Rausch ließ uns im Stich. Da sieht der Hirschenjäger und sagt, das wär doch cool. Wir machen uns nen FLYING HIRSCH und mischen mit Red Bull. FLYING HIRSCH, 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 Jägermeister mit Red Bull. FLYING HIRSCH, 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 Jägermeister mit Red Bull. Fliegen hoch, fliegen weit, ja wir werden richtig voll. Warum nicht? Geile Zeit, denn wir wollen Alkohol. FLYING HIRSCH, HIRSCH, HIRSCH Erst gestern kam ich wieder beim Supermarkt vorbei. Der Jägermeister in Aktion, die Kasse war grad frei. Ich nehme einen Eimer und füll ihn richtig voll. Heute ist Schluss, der Kauf und wir wollen Alkohol. FLYING HIRSCH, 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 Jägermeister.